Yo, hallo liebe Freunde hier bei Let's Play FIFA 14, Bier-Goalkeeper im Karrieremodus mit mir in PazianLP. Ja, da bin ich, der PazianLP. Es geht weiter gegen Erzgebirge Aue und da müssen wir eine richtig schlechte Leistung wieder wettmachen. Gegen Mainz 05 haben wir 3-1 verloren, das war eine richtige Klatsche. Und da müssen wir jetzt eine Reaktion darauf zeigen und ich hoffe, das tun wir auch. Zu Hause in der Allianz Arena muss das vor den heimischen Fans unbedingt passieren, weil das wäre peinlich. Jetzt aus dem Erzgebirge in den violett-weißen Trikots, wir in den hellblau-weißen Trikots. Und das letzte Spiel, da ging es halt nur mit hohen Pässen nach vorne und das ist halt gar nicht aufgegangen. Weiß nicht, ob der Trainer da was gesagt hat, dass diese Taktik gegen Mainz versucht werden soll, aber spätestens nach der ersten Halbzeit hätte ihm auffallen sollen, dass das überhaupt nichts bringt. Aber naja, ist es ihm halt nicht. Weil taktisch ging es in der zweiten dann genau gleich weiter. Wir haben auch diese Woche diesen Prozess von Uli Hoeneß gehabt. Dreieinhalb Jahre Haft für ihn. Sei ich nur komplett richtig. Ja, ja. Will nichts mehr dagegen machen. Vielleicht will er sein Image ein wenig wahren. Darauf braucht man jetzt kein Respekt. Kein Respekt sollen, das hat er halt gemacht. Und ich würde es auch gut finden, wenn er da wirklich, wahrscheinlich bekommt er dennoch, ich glaube fast nicht, dass er keine Luxus-Selle bekommt. Und jetzt aufpassen, wie es halt gesagt wird. Größter Respekt von seiner Arbeit bei München, das muss man so sagen. Und jetzt ist aber das 1-0 von Senneda gegen Erzgebirge Aue in der elften Minute, bevor wir da weiterreden. Ja, wunderbar, in das linke Eck hat er ihn einmal einfach nach vorne gelegt. Ich sage nur, 1860 München 1, Erzgebirge Aue 0, danke bitte. Da schaut er kurz, da schaut er kurz und dann zieht er aber ab. 1-0 in der elften Minute für die Löwen. Wo bin ich denn stehen geblieben? Höhne ist irgendwas. Ja, größter Respekt an seiner Arbeit bei Bayern, das muss ich auch als 1860 München sagen. Hat einen Verein mit Schulden nach oben gebracht, an die Weltspitze gebracht. Das muss man mal schaffen. Hat auch viele Charity-Aktionen, viele Clubs auch gerettet. Aber Strafe muss sein, die dreieinhalb Jahre muss er sitzen. Ich weiß nicht, ob er dann wieder in eine Funktion von Bayern eintritt, ist er ja auch überall zurückgetreten. Mal sehen, mal sehen. Jeder macht Fehler, das ist klar, aber wenn man Fehler macht, muss man mit den Konsequenzen leben und kann danach alles besser machen. Also heißt nicht nur wegen diesem Fehler, was ich ihn jetzt unbedingt großartig verurteile. Und jetzt, oh, das war eine knappe Position. Weil der wäre durch gewesen. Das wäre echt, der war alleine durch gewesen. Das hätte gut enden können, so wie endet das mit einem Freistoß dann im Endeffekt. Ich würde gerne mal Charles von der ersten Minute an Spielen sehen, weil der kommt immer als Joker, nur die Nummer 28, der auch das Doppelpack gebracht hat. Oh Gott, sorry. Oh Gott. Blöder Controller, immer wieder, immer wieder. So, nächster Laufpass. Der Verteidiger, oh. Zu zweit können sie ihn irgendwie klären. Ah, nicht zurückgehobert. Wiegel. Wiegel ist da durch. Und da holt ihn sich aber da noch ein Verteidiger. Kurz vor der 16er Grenze. Wieder ein langer Pass. Ah, Verteidiger lässt sich darüber rumpeln. Und das war sauber gespielt. Sauber gespielt. Sagt, oder? Ja. Freistoßion, Stürmerfoul im Ende. Oh, okay. Wollte ihn eigentlich nach rechts außen bringen. Hat da nichts gebracht. Ja, Europa League, Salzburg gegen, also Basel gegen Salzburg. 0-0, Basel zu Hause gespielt. War ein stressiges Spiel für Salzburg. Die haben es ihnen nicht leicht gemacht. Aber es ist natürlich eine bessere Ausgangslage für Salzburg selber. Wenn sie jetzt zu Hause 0-0 spielen können. Ah, ein Tor nur schießen müssen und weiter sind. So, linke Seite. Flanke muss kommen. Warum kommt die Flanke nicht? Er spielt ihn flach. Spiel ihn nochmal flach. Bobby Wood versucht es, aber der wird da aufgehalten. Stoppelkamp. Bringt ihn rein. Aber der Tormann holt ihn sich. Faustet ihn in die Höhe. Ja, Aue hat die gleichen Ideen wie wir im letzten Spiel. Und das erfolglos wieder. Das kann auch so nicht funktionieren. Das funktioniert im echten Spiel auch nicht. Ah, schön abgequitscht, muss man sagen. Alex, Jeftic. Ah, jetzt mittig aufpassen. Da haben wir schon einige Gegentore so bekommen. Auch von Baumgartlinger von Mainz 05 im letzten Spiel. So, Bobby Wood wollte reinflanken, aber wird abgeblockt. So, es war... Oh, warum? Oh. Ich hasse es, wenn sie so stehen bleiben im Lauf. Ich hasse es einfach überall. Zwei Minuten Nachspielzeit, obwohl es eigentlich nicht wirklich eine Unterbrechung gab. Wieder ein hoher Pass. Wird aber mit dem Fallrückzieher dann ganz einfach behoben. Steckt ein Frosch drin im Hals. Jetzt geht es wieder. Sine kann sich da durchsetzen. Bringt die Flanke. Oh Gott, das war knapp. Da hätten wir jetzt noch nachlegen können. Knapp vor der Halbzeitpause. So führen wir jetzt nur mit knapp 1-0 durch dieses wunderschöne Tor. Mit dem linken Fuß abgezogen. Düsseldorf führt 3-1 gegen den FSV Frankfurt. Bei uns gibt es einen Wechsel. Wer geht raus? Ah, hier ist Charles. Der kommt rein für Bobby Wood, der sich nicht viel präsentiert hat. Jetzt eher zwei großgewachsene Spieler in dieser Sturmspitze bei uns. Und das müssen wir jetzt ganz ruhig so weiterspielen. Ja, keine Fehlpässe, die nervös machen, wie dieser hier. Man soll sich ja nicht verschreien, das ganze Zeug. Oh, da... Oh, zum Glück ist er nicht reingekommen. Komm, das war schön gesehen mit der Ferse, der Pass. Ein Fersal-Pass. Abgeblockt. Oh, wollte er den Kopfball bringen aus dem 16er. Ich glaube nicht, dass der wuchtig genug für mich gewesen wäre, und dass der reingeht. Letzten Spiel auch beim dritten Gegentor einen absoluten Fehler gemacht. Auf dem falschen Fuß erwischt der Gegner. Die anderen beiden Tore konnte ich nichts für. Jetzt wieder alle Achtung. Oh, das sind so richtig ungute, schlecht einschätzbare Flanken, wenn sie auch hier über die Kameraperspektive fliegen. Das gefällt mir nie wirklich gut. Jetzt auch Foulspiel wieder. So. Stahl. Ah, stark. Ich sag ihm nur... Ah, der muss apparieren. Und das war ein Fehler vom Tormann, den Adlung gleich nutzt. In der 61. Minute. Eigentlich aus dem Nichts. Das 2 zu 0 für 1860 München, meine Freunde. Ja, da prallt er ab. Und Adlung einen Schritt schneller als der Verteidiger von Erzgebirge Aue. Ich sag nur, 1860 München 2. Erzgebirge Aue 0. Danke, bitte. Ja, so gefällt das mir. So kann das weitergehen. Wir hatten zwar, glaube ich, keine Ballberührung aus dem Freistoß. Weil irgendwie die Homepässe sowieso nicht durchgehen. Aber es soll uns wurscht sein. Solange wir da drei Punkte holen. Fehler bei der Verteidigung. Vorgelegt. Aber der Ball geht nicht durch. Sechs Schüsse für uns. 0 für Aue. Das sagt einiges aus. Oder alles. Moritz Stoppelkamp in die Mitte. Das ist meiner. Sené. Spiele nochmal zurück zu Stoppelkamp. Schönes Dribbling. Und jetzt ist rechts frei. Die Flanke kommt nicht an. Und auch der Kopfball, den er zurückspielen wollte, kommt zu keinem Mitspieler. Jetzt auf Adlung. Schön gesehen. Adlung ist fast durch. Passt ihn nochmal ab. Schießt. Und Tor von Charles in der 72. Minute. Ja. Das ist wieder ein Torfestival. Diesmal aber für die Münchner Löwen. Nimm den an. Schießt. Ja, der Tormann, der sieht da auch wieder nicht gut aus. Ich sag nur. 1860 München hat schon drei. Jetzt gibt Birger Aue 0. Und jetzt geht Stoppelkamp raus. Und Kuzu kommt rein. Tun wir wieder was, um die Tordifferenz aufzubessern. Foul jetzt wieder von Aue. Können sich momentan im Zweikampf nicht anders helfen anscheinend. Ja, das sind Ballstaffetten, die kennt man so gar nicht jetzt. Noch besser als im vorletzten Spiel kommt mir vor. Jedenfalls in der zweiten Halbzeit die Mannschaft komplett ausgewechselt. Nächster Schuss. Wuchtig. Aber drüber. Aber keine schlechte Chance wieder. Da spielt ihn stark nach außen. Und man zieht einfach mal ab, wenn man kann. Bei 3-0, da kann man das machen. Und jetzt kommt Neumeyer rein für Cine. Noch 13 Minuten zu spielen in diesem wirklich guten Spiel der Löwen. Ich glaube, da kommt keine Rückmeldung mehr von den Gästen. Die können nach Hause fahren. Und was denkt ihr eigentlich so über das Urteil von Hoeneß? In Ordnung? Zu viel? Zu wenig? Ich habe meine Aussage getroffen. Was sagt ihr? So, jetzt die rechte Seite frei. Was ging zu schnell oder zu langsam? Verdammt, was sage ich? Damit... So, was gibt das? Wer war denn das? Schilling. Bekommt da die gelbe Karte. Er hat die ganze Zeit nur ein Trikot gezogen und am Arm. Was soll denn das? Jetzt gibt es auch einen Wechsel. Oko Rom, Kuo. Und Fink für Alex und Könnecke. Reige zu kurz, glaube ich. Gerade noch weggeschossen im Ball. Und jetzt gleich noch ein bisschen Nachspielzeit und dann ist aus die Partie. Charles. Ja, da kann man es wieder mal versuchen. Mennel hat da diesen abgefälschten Ball. Ja, wir versuchen es kaum mehr nach vorne zu spielen. Ja, haben wir fast gedacht, aber es gibt auch Abseitsposition. Und jetzt nach diesem Freistoß dürfte der Schiedsrichter abpfeifen. Und wir gehen mit einem 3 zu 0 in die Kabine und feiern das. Drei Punkte wieder hier mitgenommen aus der Allianz Arena zu Hause. Eine kleine Macht schon kommt mir vor. Wir hatten gar nichts zu tun eigentlich. Düsseldorf gewinnt auch letztendlich 4-1 gegen den FSV Frankfurt. Und jetzt schauen wir mal. Ich sage auf jeden Fall mit diesem schönen Ergebnis danke fürs Zusehen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Tschü Leute.